. Der Anlass ist, alles ist sehr spannend. Ich würde neue Dinge sehen. Das ist eindrücklich zu sehen. Mit den Kozen geben wir uns immer viele Leistungen. Sie bringen uns viele bei. Auf diejenigen muss man immer stolz sein. Die sind immer stolz, wenn wir uns gut abräumen, wenn wir den Ersten machen.